ARD Text im Auftrag von funk Die Patronanz für diese Begegnung hat dankenswerter der heurige Buschenschank dunkel übernommen. Denn Angick hat sie Elisabeth persönlich durchgeführt. Die Patronanz für diese Begegnung hat die Begegnung. 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 Die Patronanz für die Begegnung hat die Begegnung. 3, 4, 3, 2, 1 Das war's für heute. Hilf 1-2, tors! Kaffee! Das Pausenstand zwischen den Kreis Röschütz und dem USC Kirchberg am Wadram durch zu 0. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja!